Und da ist noch einer. Warte, da, da, da. Aber das ist eine geile Pilsche. Aber das ist eine geile Pilsche. Na eher. In den gehören nicht. Den darf ich in die Pilsche kinkeln? Den darf ich in die Pilsche kinkeln? Nein, ich will merken, dass ich es nicht so mache. Doch, doch. Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Hey. Hallo, ist da jemand? Ne, Mann. Wie brauchst du das? Es ist ein Mädchen. Das heißt, dieser Wald rufst du nicht. Leider hörst du mich. Dieser Wald rufst du nicht. Marco. Das ist ein Mädchen. Sag dir das Mädchen an. Guck. Hallo. Und da hat Papa pssst. Aber die waren braun. Und die waren ein Traum. Pssst. Und Papa hat dir auch ein Foto gemacht. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Und da ist ein Kind. Vielen Dank. Melle, 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 Melle. Hier kommt ein Fußgänger. Hier kommt ein Fußgänger. Ich sage, hallo, das ist ein Mädchen, das ist ein Mädchen. Ich sage, hallo, das ist ein Mädchen. Kohl, ich esse keine Blumenkohl, wenn da... Das ist ein Fliegenkohl, das dann dich vergiftet. Dankeschön, ich will dich vergiften. Oh, da ist ein Babypilz. Ich liebe ihn, aber die andere, die hast du nicht. Ein grüner Pilz. Ein gelber Pilz, nicht. Zeig.